Wie willst du deinen Abgang machen? Sprichst du mit mir gerade? Mit dir sonst? Natürlich mit dir. Weiß ich nicht. Letzte Show, wie machst du die? Guckst du am besten mal rein. Ehrlich? Ich mach letzte Show, ich würd... Was willst du sagen? Ich würd letzte Show... Hast du einen Vorschlag? Was meinst? Hast du einen Vorschlag? Wie ich gehen würde? Ja, genau. Natürlich. Wie du gehen würdest. Natürlich, du gehst ganz normal. Treppe runter erst. Du gehst die Treppe runter. Gehst du runter? Tage Leute. Gehst du langsam runter? Mach ein bisschen Emotionen. Gehst du runter, bist nachdenklich. Wie erklärst du es den Leuten, dass du dich verpischst? Hältst dich fest, weil die ist schwindelig. Meine Damen Herren, ihr weiß, ihr habt das mitgekriegt. Ich in Medien überall. Ich tu aufhören. Ja, das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. Ihr wart da, wo es richtig gut lief. Quoten oben. Und ihr habt euch verpisst, als Scheiße lief. Schaut-Out, du Günther Jauch. Du warst nie da. Ich hätte dir was beibringen können. Markus Lanz, alles klar bei dir? Egal was passiert, ich werde in euren Herzen bleiben. Und ihr werdet von mir hören. Schalalalalalalala. Ich bin Stefan Raab. Ich bin jetzt bald weg. Aber ihr seid nicht allein. Ihr werdet alles schaffen. Ohne mich. Oder zu zweit. Stefan. Genauso würde ich das machen. Erzähl du, wie du gehen würdest. Ich tu hier auf dich warten. Schalalalalala. Okay. Wieder ein Illusion gebrochen. Stefan Raab. Du bist einer der Größten, die wir hierhin haben. Shut your mouth. Shut your mouth. Nein, nein. Just enjoy the moment. Hey, Stevie Beat. Ich werde dich vermissen, Baby. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh. Break it down, break it down, break it down. Oh, 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 oh. Oh, I love you so much.